Universelle Verantwortung Ich möchte erwähnen, dass es mich nicht überzeugt, Bewegungen ins Leben zu rufen oder für eine Ideologie einzutreten. Darüber hinaus missfällt es mir, Organisationen zu gründen, die ganz bestimmte Ideen fördern, weil dies impliziert, dass eine bestimmte Gruppe allein für die Erreichung dieses Ziels verantwortlich ist und alle anderen außen vor bleiben. Unter den gegenwärtigen Umständen kann sich niemand leisten, davon auszugehen, irgendjemand anderes würde unsere Probleme lösen. Jeder von uns muss seinen Teil zur universellen Verantwortung beitragen. Wenn auf diese Weise die Zahl von interessierten, verantwortlichen Individuen wächst, zehn, hundert, tausend oder sogar hunderttausend solcher Menschen, wird dies sehr zur Verbesserung der allgemeinen Lage beitragen. Positive Veränderungen geschehen nicht schnell und bedürfen fortwährender Anstrengung. Wenn wir uns entmutigen lassen, erreichen wir möglicherweise nicht einmal die einfachsten Ziele. Mit beständigem, entschlossenem Bemühen lassen sich selbst die schwierigsten Ziele erreichen. Eine Haltung universeller Verantwortung einzunehmen, geht uns alle ganz persönlich an. Ob wir tatsächlich Mitgefühl haben, zeigt sich nicht in dem, was wir in intellektuellen Diskussionen äußern, sondern darin, wie wir uns im Alltag konkret verhalten. Trotzdem sind bestimmte fundamentale Sichtweisen grundlegend, um ein selbstloses Verhalten einzuüben. Obwohl kein Regierungssystem perfekt ist, kommt die Demokratie dem Wesen des Menschen am nächsten. Daher müssen sich jene von uns, die in einer Demokratie leben, weiterhin für die Rechte aller Menschen einsetzen. Außerdem stellt die Demokratie die einzig stabile Grundlage dar, auf der eine globale politische Struktur aufgebaut werden kann. Um zusammenzuarbeiten, müssen wir das Recht aller Menschen und Nationen respektieren, ihre unverwechselbaren Charakterzüge und Werte beizubehalten. Besonders große Anstrengungen sind im Bereich der internationalen Wirtschaft notwendig, um dort Mitgefühl zu etablieren. Ökonomische Ungleichheit, hauptsächlich jene zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern, stellt nach wie vor die größte Ursache für das Leiden auf diesem Planeten dar. Auch wenn es kurzfristig auf eine Schmälerung von Gewinnen hinausläuft, müssen große multinationale Firmen ihre Ausbeutung armer Länder begrenzen. Die wenigen kostbaren Ressourcen zu erschließen, die solchen Ländern gehören, nur um den Konsum in den Industrieländern zu schüren, hat katastrophale Auswirkungen. Wenn dies unkontrolliert weitergeht, werden wir schließlich alle darunter zu leiden haben. Schwache, beschränkte Wirtschaftssysteme zu stärken, ist eine weitaus bessere Strategie, um politische und wirtschaftliche Stabilität zu fördern. Es mag idealistisch klingen, aber Uneigennützigkeit sollte anstelle von bloßem Konkurrenzdenken und Profitstreben die treibende Kraft in der Wirtschaft sein. Desgleichen brauchen wir auch im Bereich der modernen Wissenschaft ein erneuertes Bekenntnis zu menschlichen Werten. Obwohl der Hauptzweck der Wissenschaft darin besteht, mehr über die Wirklichkeit zu lernen, ist eins ihrer anderen Ziele die Verbesserung der Lebensqualität. Ohne selbstlose Motivation können Wissenschaftler nicht zwischen vorteilhaften, nutzbringenden Technologien und reinem Eigennutz unterscheiden. Die sich überall zeigende Umweltzerstörung ist das offensichtlichste Beispiel für diese Unordnung. Die richtige Motivation ist besonders in Bezug auf die Frage bedeutsam, wie mit der Vielzahl neuer Methoden im Bereich der Biotechnologie, mit deren Hilfe sich die Grundstrukturen des Lebens manipulieren lassen, umgegangen werden soll und wie sich dies wiederum regeln lässt. Wenn wir nicht jede unserer Handlungen auf eine ethische Grundlage stellen, laufen wir Gefahr, der empfindlichen Matrix des Lebens furchtbaren Schaden zuzufügen. Auch die Religionen dieser Welt sind nicht von dieser Verantwortung ausgenommen. Der Sinn einer Religion besteht nicht darin, schöne Kirchen und Tempel zu bauen, sondern positive menschliche Qualitäten wie Toleranz, Großzügigkeit und Liebe zu entwickeln. Jede Weltreligion, gleichgültig welche philosophische Auffassung sie vertritt, gründet sich auf das Gebot, unsere Selbstbezogenheit zu verringern und anderen zu helfen. Unglücklicherweise verursachen Religionen manchmal mehr Konflikte, als sie lösen. Die Anhänger der verschiedenen Religionen sollten erkennen, dass jede religiöse Tradition für sich genommen einen enormen Wert hat und über Mittel und Wege verfügt, geistige und spirituelle Gesundheit zu fördern. Deshalb gibt es keinen Grund, sich an polarisierender religiöser Borniertheit und Intoleranz zu beteiligen. Dafür aber jeden Grund, alle Formen spiritueller Praxis wertzuschätzen und zu respektieren. Wir befinden uns in einer der schmerzlichsten Phasen der menschlichen Geschichte. In einer Zeit, in der durch den enormen Zuwachs des Zerstörungspotenzials der Waffen mehr Menschen unter Gewalt gelitten haben und gestorben sind als jemals zuvor. Außerdem sind wir Zeugen eines fast tödlichen Wettbewerbs zwischen grundlegenden Weltanschauungen, die immer schon die menschliche Gesellschaft auseinandergerissen haben. Macht und Ruhe, Gewalt auf der einen, Freiheit, Pluralismus, persönliche Freiheit und Demokratie auf der anderen Seite. Ich glaube, dass die Folgen dieser großen Rivalität jetzt deutlich werden. Obwohl der gute, Menschlichkeit, Frieden und Demokratie repräsentierende Geist sich weiterhin vielen Formen der Tyrannei und des Bösen gegenüber sieht, bleibt es trotzdem eine unbestreitbare Tatsache, dass der größte Teil der Menschen den Sieg dieses Geistes wünscht. Aus diesem Grund waren die Tragödien unserer Zeit nicht vollkommen nutzlos und in vielen Fällen das eigentliche Mittel, um eine Öffnung des menschlichen Geistes zu erwirken. Der Zusammenbruch des Kommunismus ist ein Beleg dafür. Obwohl sich der Kommunismus für viele edle Ziele eingesetzt hat, Selbstlosigkeit eingeschlossen, hat sich der Versuch der herrschenden Eliten, Auffassungen zu diktieren, als katastrophal erwiesen. Diese Regierungen taten alles nur Erdenkliche, um den Informationsfluss innerhalb der Gesellschaft vollständig zu kontrollieren und ihr Erziehungssystem in einer Weise zu strukturieren, dass ihre Bürger für das Allgemeinwohl arbeiteten. Auch wenn in der Anfangsphase eine rigide Organisation nötig war, um die zuvor herrschenden Regime zu zerstören, hatte diese Organisationsform, nachdem dieses Ziel erreicht war, nur wenig zum Aufbau einer nützlichen menschlichen Gesellschaft beizutragen. Der Kommunismus versagte völlig, weil er sich auf Zwang und Gewalt stützte, um seine Überzeugungen durchzusetzen. Schließlich sperrte sich die menschliche Natur gegen das in der Folge entstandene Leiden. Ruhe Gewalt, gleichgültig wie konsequent sie angewendet wird, kann niemals den grundlegenden Wunsch des Menschen nach Freiheit beugen. Die Hunderttausenden von Menschen, die in den Städten Osteuropas marschierten, sind der Beweis. Sie brachten schlicht das menschliche Bedürfnis nach Freiheit und Demokratie zum Ausdruck. Es war sehr bewegend. Ihre Forderungen hatten in keiner Weise etwas mit einer neuen Form von Ideologie zu tun. Diese Menschen sprachen aus dem Herzen. Sie teilten ihre Sehnsucht nach Freiheit und bewiesen so, dass diese Sehnsucht in der Natur des Menschen liegt. Freiheit ist in Wirklichkeit die eigentliche Quelle von Kreativität, nicht nur des Einzelnen, sondern auch der Gesellschaft. Das kommunistische System war davon ausgegangen, es würde ausreichen, die Menschen lediglich mit Nahrung, Unterkunft und Kleidung zu versorgen. Doch das ist nicht genug. Wenn wir über all diese Dinge verfügen, es uns aber an dem kostbaren Gut der Freiheit mangelt, das unser eigentliches Wesen lebendig hält, dann sind wir nur halbe Menschen. Wir sind nichts anderes als Tiere, denen es genügt, ihre bloß körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Ich glaube, dass uns die friedlichen Revolutionen in der früheren Sowjetunion und in Osteuropa sehr viel gelehrt haben. Eines ist der Wert der Wahrheit. Menschen mögen es nicht, eingeschüchtert, betrogen und angelogen zu werden, weder von einzelnen Menschen noch von einem System. Derartige Handlungen widersprechen dem Wesen des menschlichen Geistes. Aus diesem Grund werden diejenigen, die Betrügen und Gewalt anwenden und damit kurzfristig vielleicht enorm erfolgreich sind, letzten Endes gestürzt werden. Das Zweite, was wir von Osteuropa lernen können, ist die Möglichkeit eines friedlichen Wandels. In der Vergangenheit wandten die unterdrückten Menschen in ihrem Freiheitskampf häufig Gewalt an. Jetzt, in der Nachfolge von Mahatma Gandhi und Martin Luther King Jr., bieten diese friedlichen Revolutionen künftigen Generationen das wundervolle Beispiel eines erfolgreichen gewaltlosen Wandels. Falls zukünftig erneut grundlegende Veränderungen notwendig sein sollten, werden unsere Nachfahren auf die Gegenwart als Vorbild eines friedlichen Kampfes zurückblicken können. Eine wirkliche Erfolgsgeschichte in bislang unbekanntem Ausmaß, bei der mehr als ein Dutzend Nationen und hunderte Millionen von Menschen beteiligt waren. Außerdem haben die jüngsten Ereignisse gezeigt, dass der Wunsch nach Frieden und Freiheit in der Natur des Menschen liegt und dass Gewalt dessen völliges Gegenteil ist. Im Grunde genommen ziehen wir alle Ruhe und Gelassenheit vor, selbst jene von uns, die Gewalt ausüben. Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Einige der jüngsten Entwicklungen deuten auf die Möglichkeit einer besseren Welt hin. Bis in die späten 50er und 60er Jahre waren die Menschen überzeugt, es sei ein unabwendbares Schicksal der Menschheit, Kriege zu führen. Besonders der Kalte Krieg verstärkte die Vorstellung, sich widersprechende politische Systeme könnten einander lediglich bekämpfen, nicht aber in produktiver Weise miteinander konkurrieren oder gar zusammenarbeiten. Nur wenige sind noch dieser Überzeugung. Heutzutage sorgen sich Menschen auf der ganzen Welt aufrichtig um den Weltfrieden, sie sind weniger an der Durchsetzung von Ideologien interessiert und fühlen sich weit mehr dem Gedanken einer friedlichen Koexistenz verpflichtet. Hier handelt es sich um eine Entwicklung von großer Wichtigkeit. Eine weitere hoffnungsvollstimmende Entwicklung ist die wachsende Annäherung von Wissenschaft und Religion. Das gesamte 19. Jahrhundert hindurch, sowie einen großen Teil des 20. Jahrhunderts, waren die Menschen zutiefst verwirrt über den Konflikt zwischen diesen beiden sich offensichtlich widersprechenden Weltsichten. Heutzutage haben Physik, Biologie und Psychologie derart subtile Ebenen erreicht, dass viele Forscher damit beginnen, grundlegende Fragen über die letztendliche Natur des Universums und des Lebens zu stellen. Dieselben Fragen, die das Hauptinteresse der Religionen bilden. Aus diesem Grund besteht jetzt die echte Chance für eine einheitlichere Sicht. Besonders ein neues Konzept bezüglich des Verhältnisses von Geist und Materie scheint sich herauszubilden. Der Osten hat sich stärker damit beschäftigt, den Geist verstehen zu wollen, der Westen mit der Erforschung der Materie. Die gegenwärtige Begegnung von Ost und West könnte der Anfang eine Annäherung von spiritueller und materialistischer Sichtweise sein. Der rapide Wandel hinsichtlich unserer Einstellung gegenüber unserer Erde gibt ebenso Anlass zur Hoffnung. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren verbrauchten wir gedankenlos ihre Ressourcen, so als ob sie unerschöpflich seien. Gegenwärtig suchen nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Regierungen nach einer neuen ökologischen Ordnung. Ich scherze oft, dass der Mond und die Sterne zwar wunderschön aussehen, aber wenn ein paar von uns Menschen auf ihnen leben müssten, würde es schief gehen. Dieser unser blauer Planet ist der herrlichste Lebensraum, den wir kennen. Sein Leben ist unser Leben. Seine Zukunft ist unsere Zukunft. Und obwohl ich nicht glaube, dass die Erde an sich ein fühlendes Wesen ist, handelt sie tatsächlich wie unsere Mutter. Und wie Kinder sind wir von ihr abhängig. Mutter Natur ruft uns jetzt auf, zusammenzuarbeiten. Angesichts derartiger globaler Probleme wie dem Treibhauseffekt und der zerstörten Ozonschicht sind einzelne Organisationen und Nationen hilflos. Wenn wir nicht alle zusammenarbeiten, wird keine Lösung gefunden werden. Unsere Mutter erteilt uns Unterricht in universeller Verantwortung. Ich denke, die Hoffnung ist berechtigt, dass dieses Jahrhundert freundlicher und harmonischer sein, sowie weniger Schaden bewirken wird, weil wir aufgrund der beschriebenen Lehren begonnen haben zu verstehen. Mitgefühl, der Keim des Friedens wird fähig sein zu wachsen. Ich bin voller Hoffnung. Gleichzeitig glaube ich, dass jeder Einzelne von uns die Verantwortung hat, unserer globalen Familie zu helfen, ihr den Weg in die richtige Richtung zu weisen. Gute Wünsche sind nicht genug. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Große Menschheitsbewegungen entspringen der Initiative einzelner Menschen. Wenn sie das Gefühl haben, sie könnten nicht viel bewirken, wird auch der Nächste sich entmutigt fühlen, und eine große Chance ist vertan. Vielmehr kann jeder von uns andere inspirieren, indem er einfach daran arbeitet, die eigene, selbstlose Motivation auszubilden. Ich persönlich glaube fest daran, dass Einzelpersonen eine Veränderung in der Gesellschaft bewirken können. Weil Perioden großer Veränderungen wie die gegenwärtige in der menschlichen Geschichte nur selten sind, liegt es an uns, aus der uns gegebenen Zeit den größten Nutzen zu ziehen, damit eine glücklichere Welt möglich wird.